Ja, moin mal Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind mit Jane unterwegs. Jane war nämlich noch eine der Charaktere, die auch ein neues Outfit bekommen haben und das wir uns noch gar nicht hier auf YouTube ingame angeschaut haben. Deswegen heute mal mit Jane am Start. Ansonsten, wir haben Beharrlichkeit, Flipflop, Unbreakable und... Wie heißt das andere jetzt nochmal? Ich weiß es nicht mehr, ich vergesse es immer wieder. Auf jeden Fall, das ist die Fähigkeit, wo man quasi geliehene Zeit getriggert bekommt, wenn man vom Boden aufgesammelt wird. Und ja, das Setup ist ja quasi komplett darauf ausgelegt, dass wir irgendwann mal am Boden liegen und wir da einen Vorteil dann haben, weil wir uns schneller hochheilen können, weil wir uns schneller bewegen können, weil wir Wiggle-Fortschritt anhäufen und so weiter und so fort. Mal gucken, ob wir liegen gelassen werden oder nicht. Der Killer war eben schon mal hier in der näheren Umgebung. Ich habe auf jeden Fall seinen Terror-Radius gehört. Ah, der Trevor-Tony. Okay. Also, wir müssen ein bisschen aufpassen, wo wir langrennen. Da hinten hat er dagegen getreten und hat gerade keinen Terror-Radius. Könnte sein, ne? Die Fähigkeit kam mit dem Pyramiden-Kopf ins Spiel. Ich könnte helfen gehen, ich bin relativ nah dran. Oh, der hat mich gesehen. Okay. Die Frage ist halt, ob er hier auch schon überall dicht gemacht hat. Geht er lang? Red einfach um. Hat seine Falle aufgesammelt. Dann würde ich sagen, rennen wir mal hier ein bisschen weiter weg. Moin. Oh, der hat nur Augen für mich, oder? Ist er gerade? Ne, der ist umgedreht. Okay. Dann gehe ich an den Generator ran. Okay, Leute. Methana ist natürlich... Wir sollten vielleicht gucken, dass wir uns irgendwie hochgeheilt bekommen. Und Katsching hat es gesagt. Da vorne. Die wurde aber direkt befreit. Okay. Das sind ja auch die beiden Party-People da, die sich gegenseitig da... Gerade helfen. Oh, shit. Das war... Ich nicht. Gut, Leute. Die nächste Person liegt am Boden. Ich dachte, die wären dann noch zu zweit. Ah, doch. Okay. Wurde auch schon hochgeheilt. Ich werde dann einfach mal den Generator weitermachen. Und dann gucken wir, wer drüben helfen geht. Vielleicht kommt der Typ ja sowieso jetzt wieder hierher. Er weiß ja immerhin jetzt, dass hier noch wieder jemand dran arbeitet. Das ist in seinem Interesse, wenn die Generatoren nicht gemacht werden. So munkelt man. Ne, da hinten war ich schon wieder. Okay. Okay. Alles klar. Dann ist der Generator auch wieder hier unter Bearbeitung gewesen. Also die anderen beiden, die müssten doch eigentlich irgendwo da vorne rumpimmeln. Ah, der eine wurde erwischt. Geht der andere helfen oder was macht er? Muss ich rüberrennen? Man weiß es nicht. Ich mach mal hier den Generator fertig und dann... Ich riskiere mal einen Blick. Noch ein bisschen Sorge, dass hier gleich Katsching sagt. Okay, nice. Dann lass uns hier schnell hochheilen. Trapper bleibt wahrscheinlich erstmal in der Jagd. Haben die noch Zeit, mich zu befummeln? Dankeschön, Pony und anderer. Immerhin einer hier, der die Maske noch auf hat. Danke. Na hinten rennen sie. Oh, hast du deine Beute verloren? Sieht so aus. Bisschen Sorge, dass hier einfach irgendwo wieder so random mäßig eine Falle gleich liegt. Und das dann Katsching sagt. Falls er kommt, wo renne ich hin? Ich glaube, dass er da wieder gut abgetrappt haben wird. Vielleicht versuche ich irgendwie... Das wird nix. Ich glaube, einen Hit muss ich so oder so nehmen. Ach, guck mal, der ist sogar beim Pony. Alles klar, warum mache ich mir eigentlich Gedanken, wenn ich hier gerade ganz gemütlich den Generator reparieren kann und der Killer überhaupt nicht in der Nähe ist? Mann, Mann, Mann. Wieder zu viel nachgedacht hier. Wer kommt da angerannt? Ist die verletzte Person. Er ist schon wieder da hinten. Da kommt er. Hat schon wieder da hinten gegengetreten. Aber lustig... Oh, mal die Fähigkeit zu sehen, muss ich sagen. Uuuuh, hat mich sogar erwischt. Dann muss ich hier lieber mal weiter wegrennen. Trapper! Könnte ich abkürzen, deswegen renne ich mal außen rum. Mach da. Er bleibt bei mir. Interessant. Oh Gott, schaffe ich das? Schaffe ich? Uuuuh! Oh oh. Mhm, schaffe ich nochmal, glaube ich. Okay, dann rennen wir weiter. Da vorne war auch noch eine Möglichkeit, den ein bisschen hinzuhalten. Keine Falle hier. Jetzt ist da eine Falle. Kommt hinterher. Ich hab kein Adrenalin, Leute. Das ist ein Problem. Hier lag vorhin irgendwo eine Falle. Oh, verdammt, was mach ich denn? Tut mir leid, Mates. Aber die Falle ist gar nicht so wild, obwohl er kann die jetzt natürlich zerstören. Er ist einfach schon weg gewesen. Interessant, dass er auf einmal von uns abgelassen hat. Wo seid ihr, Boys and Grills? Da hinten ist er dran gewesen. Die Palette war echt wasted, leider. Hat mich gesehen? Du rennst gerade in die falsche Richtung. Nur mal so fürs Protokoll. Wieso will er auf Krampf mich haben, Alter? Nur weil ich so hübsch bin? Man. Kaputt. Kaputt. Oha, Alter. Der ist aber auf Krampf hinter uns hinterher. Können wir vorstellen, dass der Barbecue dabei hat und auf Krampf jetzt noch sein Barbecue haben will, weil hinten ist der Generator bearbeitet worden und das interessiert ihn einfach gar nicht. Er denkt sich so, nö. Ich mach lieber Grants. Na gut. Ich denke mal, die sollten gleich fertig werden. Wäre cool, wenn der jetzt aufhört mit dem Djinn. Damit er mir helfen kommen kann. Okay. Schade. Aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. Jetzt ist er weg. Mal gucken, wie lange. Okay, der Generator hinten ist fertig. Die wollen nur warten. Weiß nicht genau, worauf sie warten will, weil jetzt die andere erwischt wurde. Vielleicht hat die andere aber auch kein Adrenalin. Aber ich habe auch kein Adrenalin. Okay, sie wollten wirklich auf mich warten. Verstehe ich nicht so wirklich, warum. Danke. Ach ja, das Tunneln geht weiter. Schade. Ich meine, sie wusste ja auch nicht, dass da eine Falle liegt wahrscheinlich. War halt ein bisschen... War ein bisschen ärgerlich, weil ich konnte halt nicht da lang rennen. Naja gut. Okay, der andere wurde gerettet. Der andere hatte Adrenalin dabei, interessanterweise. Mal schauen, ob mir jetzt nochmal geholfen wird. Da wurde jemand erwischt. Das Problem ist, ich habe halt nichts, was mir irgendwie helfen würde. Sie retten... Mann, Leute, was ist denn los mit euch? Ich hoffe, du hast geliehene Zeit. Oh ja, hat sie. Oh, sie macht's wirklich. Dann mache ich mal auf für die Leute. Na gut, der andere wurde erwischt. Vielleicht kann der Letzte jetzt nochmal was reißen. Ich habe nochmal ein Break gebildet und den ganzen Shit, also theoretisch. Ärgerlich. Wuhu! Nice! Raus mit uns! Uh! Es hat geklappt! Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass wir es noch schaffen. Oha! Oha, der arme Trapper. Oh, das war bitter. Na gut, aber hätte er die andere eingesammelt, hätte sie nochmal aufhängen können. Obwohl, sie hat einen Strike-Up, gehe ich mal von aus. Sonst wäre sie nicht nochmal so in die Map reingerannt. Puh, GG. Oh, bitter am Ende, Alter. Erstmal schön zweimal in die Falle reingetappt. Zweimal Gold, zweimal schildern. Nehmen wir mit. Puh. Wenigstens nimmt Grants meine Fallen mit. Ja, äh, immerhin werde ich getunnelt. Oder wie war das? Jetzt weiß ich auch warum, G-Man. Hier, immer diese Fanboys. Das sind die Schlimmsten. So. Franklins, ja, Barbecue haben wir uns auch gedacht. Und Fahrt der Folter. Äh, zack. Zito. Leute, schön, dass ihr am Start gewesen seid, ja. Auf jeden Fall, danke für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht ihr euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit. Und danke natürlich an die Kanalmitglieder für die Unterstützung. Danke an Melanie, Granini, Packard und Tossi. Ich bin raus, Leute. Und macht euch einen schönen Tag. Oder woin.